Moin Leute, Kurzip hier. Jo, es geht um folgendes. Ich bin gerade alles am vorbereiten, dass unsere Streams ein bisschen besser werden. Das kann man gerade relativ schlecht sehen. Hupsi. Da im Hintergrund habe ich Streamlabs am Laufen. Da bin ich einiges am Umstellen. Jo, die Sache ist die, ich möchte ja gerne nächsten Monat anfangen meine Switch aufzunehmen. Genauer zu sagen, Pokemon Let's Go. Und ja, da brauche ich auf jeden Fall eure Hilfe. Also ich möchte schon, dass wir jetzt langsam mal ein bisschen öfter streamen, so wie in letzter Zeit. Nicht jeden Tag, aber so jeden zweiten Tag mindestens. Und ja, wir streamen dann heute, ja, ich würde sagen L-Sword und dann später abends vielleicht Minecraft oder League of Legends, irgendwas. Und jo, das wäre schön, wenn ihr eure Freunde einladen würdet, andere Personen, die ihr kennt. Ihr dürft mich auch unterstützen. Ich werde das auch ein bisschen dynamischer machen im Stream, dass wenn jemand abonniert oder ein bisschen Geld für die Capture Card spendet, dass das auch schön animiert ist. Und jo, dann bin ich mal gespannt, wie der Stream heute wird. Ich hoffe, ihr könnt sehr viele Leute einladen. Ich lasse euch gleich auf Twitter, Facebook und im LZ-Forum Bescheid wissen. Im Forum kann es sein, dass es erst freigeschaltet werden muss, weil ich da erst zwei, dreimal was geschrieben habe. Aber Facebook und Twitter könnt ihr auf jeden Fall gucken. Das findet ihr auch alles in der Beschreibung. Und jo, dann sage ich schon mal Danke und bis später.